Morgen, Ivan. Morgen, Morgen. Sag Hallo zu den Fans. Hallo, Belling-Fans. Es geht nicht. Guck meine Haare. Guck zu. Morgen, Leute. Heute sind ich hier mit mir. Wir haben diese Co-Pro-Camp. Jetzt gehe ich zum Frühstück. Ja. Ja. Oh shit. Es ist hier. Es ist hier. Es ist hier im Lobby. Es ist hier. Starbox. Oh. Hier, hier sind die drei wichtigsten Männer für dieses Trainingslager. Uli. Ich wollte nur sagen, der junge Mann auf der anderen Seite, der hat richtig Ahnung von der Tour de France. Da gewinnt doch der Däner doch die Tour wahrscheinlich. Das ist ja unglaublich. Vorher gesagt von Wüstensinn. Das ist richtig. Und hier haben wir er macht gar nichts. Er ist hier. Urlaub. Hula. Oh, ja, ja, ja. Morgen. Morgen. Oh, Kempi. GoPro. Hier ist der Ping-Pong. Pool. Und hier ist mein Lieblingsraum. Morgen. Morgen, Jungs. Morgen. Oh, da ist Maton. Morgen. 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 Die beste Spieler von Hertha WSC. Morgen. 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 Hier. Bist du Hertha TV? Ich bin Media-Mann. Ich bin Media-Mann heute. Morgen. Ich mache ein bisschen Tour. Und ein bisschen Spaß vielleicht bei Robert. Morgen. Morgen. Hallo, Papi. Oh, Santiago. Schau mal. 8.30 Uhr. Schau mal meine Haare. Schau mal meine Haare. Das ist Wahnsinn. Ja, und das ist alles. Wir haben alles hier. Schönes Essen. Kaffee. Morgen, Chef. Morgen. Alles Gute? Ah, sehr gut. Christoph. Und jetzt. Musikin. Bereit. Verdering. Werden. So. Sehr schön. Kannst dubi. Komm also. condemned. Ich werbe die Zimmer. invisible squad位, soakao Mama. Hier. Isten. Hier ist die Lage, ganz schön und jetzt gehe ich zum die Kabine und machen wir bereit für Training. Wir drehen 10 Uhr im Gym und dann haben wir 10.30 Uhr auf dem Platz und wir haben zwei Einheiten heute. Ja, ein bisschen anstrengend, aber ist gut, wir machen uns bereit für die Saison und hier ist das schönes Gelände im Land. Unser Platz ist da oben und ich glaube, ich bin ein bisschen früh, aber was passiert? Morning. 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 I'm good, how are you? I'm good. Nice to hear you. Nochmal, Robert macht gar nichts. Robert bitte. Es ist nicht Urlaub. Du bist Nummer 1 geworden, du bist so ein frisches Balken geworden. Morgen, Markus. Morgen, Ivan. Morgen, morgen. Say hello to the fans. Hello Belling fans. Hier ist mein Platz. Nummer 1. Handschuhe und jetzt ein bisschen aufwärmen mit Markus. Ja, Markus? Später. Später. Ja, später. Ja. Jetzt muss ich bereit für Training machen. Bis später. Morgen, 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 morgen. Ja, ich mache GoPro für Hertha TV. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Hier ist unsere Kabine und hier ist unser Martin. Und unser Maxi Lopez. Und hier ist alles. Und hier ist die Dusche. Wir haben alles hier. Toilette. Da findet man auch Martin manchmal. Und hier kann der Wasser. Und hier kann der Wasser. Hier macht man so. Ja. Hier auch. Hi, Lieb. Bereit für Training? Ja. Ja. Ups. Müde? Auch, ja. Ich auch. Das war alles von mir. Hier. Ich sitze bei dem Präsidenten Tisch. Ich habe Wahlkarten bekommen für heute. Für München. Für München. Für München. Plattenhard. Erfehlung. Plattenhard. Spielermuseum. Der ist auch ein Museum hier. Ein norwegisches Museum. Die Schlechte. Ein schönes Lachs von Norwegen. Guter Lachs. Bester Lachs der Welt. Ich meine ich. Das ist richtig. Ein kleiner Kaffee trinken. Das ist eine Suppe. Das ist ein alter Mann Kaffee. Keine Milch. Kein Zucker. Du hast keine Zeit für Milch und Zucker. Nein. Ich bin zu alt. Profi. Ohne Zucker. Ja. Protein. Protein Kaffee. Ja. Protein Kaffee. Ich habe tschechische Bier. Tschechische als Fitness Kaffee. Wir trinken Fitness Kaffee. Prost. Was? Fit Kaffee? Nein. Er trinkt Fitness Kaffee. Mit Protein. Wer macht zu viel. Ja. Das war alles. Und hier haben wir eine echte Roy Wolf. Ich schaue nur zu. Ich schaue nur zu. Ich bin ein großer Fan von Winnegard geworden. Ja. Ein großer Radfahrer. Also. Und Respekt vor dem Kameramann. Dass der so viel Ahnung hat. Ja. Nicht von Fußball, aber vom Radfahren. Nein. Fußball macht es nicht. Aber Fahrer. Wir haben Winnegard sehr schön. Er gewinnt die Tour de France. Keine Chance für Pogacca. Für die anderen. Er gewinnt Nummer 1. Gibt es noch mal Zeit fahren? Gibt es noch mal Zeit fahren? Ja. Das ist es. Das ist richtig. Du machst nicht Tour de France gerade? Ich? Nein. Ich laufe Marathon. Ja. Ganz schön. Und Rune? Was machst du? Nach Karriere? Du machst nicht Tour de France? Nein. Nein. Ich laufe Marathon mit dem Land. Ja. Aber nicht zusammen. Ich laufe Marathon. Ja. Ich lebe von Riesenten. Ja. Ja. Der Rune? Der Rune? Der Rune ist ein neues Kniegelenk. Und Becker? Machst du Tour de France? Ich? Ja. Ich mache Marathon hin und zurück. Ja. In viel Tour. Ich mache beide. Tour de France und auch Marathon. Ja. Gleiches Tag. Ja. Gleiches Tag. für ein bisschen schlafen ich habe gut gegessen und einen kaffee getrunken mit mit platte becker und ohne und jetzt zeit für ein bisschen schlafen ist eine lange tag ich muss ich muss schon bereit werden für die zweiten einheit hallo ich habe jetzt eine bisschen zeit geschlafen nach dem mittagessen jetzt ist zeit für jetzt zeit für ein bisschen essen und ich mache gerne ich liebe to the fans gesehen ein dänen im geld natürlich muss das sehen und das was ich mache hier ist für diesen das ist was ich mache ja gut ja 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 Komm, 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 komm Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hier ist die zweite Einheit vorbei, renegieren mit pecky und philipp in unserer pool area wo wir haben alles hier ist kaltes wasser ein bisschen warmer und whirlpool alles hier ist stopp ich muss rein jetzt fertig mit training hier ist die junge spieler mit den jungen spielern sieben uhr zwei einheiten ein auf platz einmal grafen und jetzt zum abendessen ich habe richtig hunger muss ich sagen ich habe diesen mit mich gern guten Appetit der essen richtig viel bro es ist nicht normal Dodi ist auch da ich nicht so viel das war alles für das alles für heute hier heute haben wir haben gegessen ein bisschen ohne gespielt und ja das war eigentlich was was wir machen hier in einem tag im trainingslager oft mit mit zweimal training und ja jetzt ist 23 uhr und ich muss laufen heute noch eine noch eine tag in england und ja war alles für mich und hoffentlich diese kleine videos hat hat ihr gefällt dankeschön ciao auf bis then nach Untertitelung des ZDF für funk, 2017